Dann rufe ich Tagesordnungspunkt 5 auf. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Mobilitätsfördergesetz, Drucksache 19, 61. Der Gesetzentwurf wird vom Wirtschaftsminister, Staatsminister Tarek, bitte sehr eingebracht. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bringe für die Landesregierung den Gesetzentwurf für ein Mobilitätsfördergesetz ein. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler – Es geht gut los, aber ab jetzt wird es nur noch besser. Ich will vielleicht vorab bemerken, dass wir alle mobil sein wollen und mobil sein müssen. Wir wollen alle dabei möglichst schnell vorankommen und gleichzeitig die Belastungen für Mensch, Umwelt und Klima senken. Mit dem Mobilitätsfördergesetz, das die Landesregierung hier in den Landtag einbringt, wollen wir die Mobilität der Zukunft fördern. Wir setzen damit eigene neue Akzente im Vergleich zur Förderung der Vergangenheit und passen die Förderung der Verkehrsinfrastruktur an heutige Erfordernisse an. Ich will nach dem gestrigen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hinzufügen, natürlich geht es auch darum, wie wir die Luftbelastung in Illenstetten verringern, weil ich glaube, das müsste uns alle ein. Stadtluft soll frei und nicht krank machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Bundesverwaltungsgericht hat den Handlungsdruck gestern noch einmal verdeutlicht. Wenn jetzt nicht umgesteuert wird, dann drohen Fahrverbote. Ich will an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich sagen, ich möchte, dass die Bundesregierung jetzt endlich handelt und die Kommunen unterstützt. Aber auch wir als Land müssen und werden unseren Beitrag leisten. Das Mobilitätsfördergesetz ist ein Baustein dafür, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lassen Sie mich an dieser Stelle eine banale Erkenntnis sagen, Mobilität kostet Geld. Ja, Mobilität kostet Geld. Es geht natürlich um die Frage a, wo dieses Geld herkommt, und haben wir auch Möglichkeiten, diese Gelder im Zweifel zu erhöhen. Wir wollen mit diesem Mobilitätsfördergesetz einerseits einen bestimmten Anteil des Landeshaushalts gesetzlich binden und zweitens dafür sorgen, dass die Förderung für die Kommunen – da geht es nämlich am Ende darum – auf jährlich mindestens 100 Millionen € aufgestockt wird, und zwar jetzt unabhängig vom Bund aus Landesmitteln. Derzeit wird die Förderung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur aus Mitteln bezahlt, die der Bund den Ländern zur Verfügung stellt. Hessen erhält dabei 96,5 Millionen €. Diese sogenannten Entflechtungsmittel laufen Ende 2019 aus. Schon ab 2019 erhöhen wir diese Mittel um 3,5 Millionen € Landesgeld auf 100 Millionen €. Ab 2020 sind es dann 100 Millionen € Landesgeld, die mit diesem Gesetz für die Mobilität gebunden werden sollen. Ich will an dieser Stelle noch einmal hinzufügen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe viel gehört nach der Einigung über den Länderfinanzausgleich, was man mit diesem angeblich neu gewonnenen Reichtum alles so machen will. Diese 100 Millionen € sind ein Teil, das wir jetzt von dem Geld binden, was wir über den Länderfinanzausgleich neu hinzubekommen, weil in aller Regel nicht über die Gelder geredet worden ist, die an anderer Stelle wegfallen. Deswegen ist das eine erste Bindung von mindestens 100 Millionen € für investive Mittel. Ich will ausdrücklich sagen, dass ein Schwerpunkt bei der Förderung der kommunalen Verkehrsvorhaben natürlich auch nachhaltige Mobilität ist. Was bedeutet das konkret? Pendlerparkplätze, Rad- und Fußwege, die Modernisierung von Bahnhöfen und Bushaltestellen, der Bau und der Ausbau von Straßenbahnstrecken, besondere Fahrstreifen für Busse, die Reaktivierung von Bahnlinien und natürlich auch der Bau und der Ausbau von Straßen, weil der kommunale Straßenbau, der vom Land gefördert wird, auch aus diesem Topf bezahlt wird. Mit dem Mobilitätsfördergesetz wollen wir gesetzlich fixieren, was seit 2014 in der Praxis schon gilt. 50 % der Mittel gehen an den öffentlichen Personennahverkehr und 50 % der Mittel an den kommunalen Straßenbau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Einzelnen zu den Förderschwerpunkten. Die Mobilität von Menschen und Gütern ist eine der Grundvoraussetzungen wirtschaftlicher Dynamik und individueller Freiheit. Wenn wir sie sichern wollen, und das wollen wir, dann muss sie nachhaltiger werden. Deshalb ist ein Förderschwerpunkt die Elektromobilität. Andere neue Fördermöglichkeiten zur Luftreinhaltung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse sind z. B. die Anschaffung von effizienzsteigernden oder emissionsmindernden Antrieben bei Fahrzeugen im Schienenpersonennahverkehr, die Anschaffung elektrisch angetriebener Busse, die Nachrüstung von Hafenanlagen, um die dort liegenden Schiffe mit Landstrom zu versorgen, die Grunderneuerung von Verkehrswegen, insbesondere auch der städtischen Schieneninfrastruktur und Schienenwägen, die nicht dem Bund gehören. Die Neuanlage oder Verbesserung von Radwegen sowie für den Fußverkehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Nahmobilität ist die Basis der Mobilität in Städten und Gemeinden. Ich will ausdrücklich sagen, ich glaube an die Aufklärung, deswegen schaue ich noch einmal Herrn Lenders an. Das hat nichts damit zu tun, dass jetzt alle zu Fuß gehen müssen. Aber selbst das FDP-Mitglied, das nur mit dem Auto fährt, macht drei Schritte hin zu seinem Auto, ist deswegen auch zu Fuß unterwegs, Herr Lenders. Die Nahmobilität ist also an dieser Stelle die Basis selbst Ihres Mobilitätsverhaltens, wobei ich weiß, dass der Herr Lenders sogar öfter einmal im Zug sitzt. Ich habe mich nur gerade an den Redebeitrag der Kollegin Knell aus dem vorletzten Tagesordnungspunkt erinnert. Ich will es ausdrücklich sagen, es geht um Lebensqualität. Es geht natürlich auch um die Frage, wie wir die Mobilität in den Städten anders organisieren. Auch da brauchen wir die Mittel für die Förderung. Um die Parksituation in den Innenstädten und dicht bebauten Ortskernen zu erlasten, ist auch die Förderung moderner Angebote wie Carsharing oder Leihfahrradstationen vorgesehen. Wir wollen auch IT-Systeme fördern, weil sie die Basis ideal verknüpfter Mobilitätssektoren sind. Digitale Lösungen bieten Effizienzgewinne und tragen zur Optimierung des Individualverkehrs bei. Aber sie sind eben auch eine Möglichkeit, wie man die unterschiedlichen Verkehrsarten miteinander verknüpfen kann. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, zur Entlastung von Lieferverkehr soll auch weiterhin die Anbindung von Güterverteilzentren förderfähig sein. Ich komme zum letzten Punkt. Wir haben auf Landesebene bereits zahlreiche Weichen für eine moderne Verkehrspolitik gestellt. Mehr Geld für die Verkehrsverbünde, was den ÖPNV angeht. Attraktive Angebote, was den ÖPNV angeht, z.B. das Schülerticket, der Grundsatz Sanierung vor Neubau, was unsere eigenen Fähigkeiten angeht. Aber ich will ausdrücklich sagen, für eine echte Verkehrswende brauchen wir auch die Kommunen. Unsere Städte in Hessen brauchen schlaue, nachhaltige Mobilitätskonzepte, ausdrücklich urbane Lösungen, die die gestiegenen Anforderungen an Mobilität in Städten aufgreifen. Städte der Zukunft brauchen mehr Lebensqualität, bessere Erreichbarkeit und weniger Emissionen. Gleichzeitig muss die Mobilität der Bevölkerung im ländlichen Raum erhalten bleiben. Mit dem Mobilitätsfördergesetz unterstützen wir Hessen, Städte und Gemeinden bei der Umsetzung einer zukunftsfähigen Verkehrspolitik. Ich hoffe auf möglichst breite Zustimmung. – Vielen herzlichen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Der Gesetzentwurf ist eingebracht. Ich eröffne die Aussprache. Siebeneinhalb Minuten pro Fraktion. Zunächst Frau Kollegin Karin Müller, Kassel, BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem eben eingebrachten Gesetzentwurf des Mobilitätsfördergesetzes wird ein weiterer Baustein für eine nachhaltige Mobilität und mehr Klimaschutz in Hessen gelegt. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN und der SPD sowie bei Abgeordneten der SPD sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN Deswegen ist heute ein guter Tag, nicht nur für den Ballungsraum, sondern auch für den ländlichen Raum. Denn beide, sowohl der Ballungsraum als auch der ländliche Raum, gehören zusammen und profitieren voneinander. Da gibt es die Verbindung von Stadt in das Land. Wir haben in Hessen ein gutes Beispiel, die Regiotram in Kassel. Demnächst kann damit auch noch mehr von diesen Maßnahmen gefördert werden, von der Stadt in den Landkreis und auch umgekehrt. Das ist die Zukunft. Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf erhalten die Kommunen Planungssicherheit für ihre Vorhaben im ÖPNV und im kommunalen Straßenbau, aber auch im Radwegebau. Die aktuellen Debatten zum Thema Stickoxide und Feinschlau zeigen, wie wichtig gerade die Maßnahmen auf kommunaler Ebene sind, um die Luft zu verbessern. Natürlich sind beim Thema Dieselskandal zunächst auch die Automobilhersteller gefordert. Aber auch wir alle müssen alles dafür tun, dass die Luft in unseren Städten und Gemeinden sauberer wird. Aber die Debatte führen wir an anderer Stelle noch. Aber dieses Gesetz ist keine Reaktion auf den Dieselskandal. Wir GRÜNE haben bereits im Jahr 2011 einen Gesetzentwurf eingebracht, der den Kommunen die Rechtssicherheit gewähren sollte. Damals war die Zweckbindung der Entflechtungsmittel entfallen. Das Kabinett hat das dann zwar festgelegt, aber wir haben gesagt, es ist besser ein Gesetzentwurf als ein Kabinettsbeschluss. Wir haben es alle verfolgt. Es ging die Diskussion auf Bundesebene über den Bund-Länder-Finanzausgleich. Deswegen hat es ein bisschen gedauert. Aber jetzt ist es so weit. Wir nehmen eigenes Landesgeld in die Hand, um die Zweckbindung festzulegen, aber auch das Geld über das Jahr 2020 hinaus für die Kommunen zu sichern, für den kommunalen ÖPNV und für den kommunalen Straßen- und Radwegebau. Das sind eigene Landesmittel, die Bundesmittel sind weggefallen. Deswegen werden jetzt Landesmittel in Höhe von 100 Millionen € in die Hand genommen. Nein, die werden nicht komplettiert. Die Entflechtungsmittel sind weggefallen. Wir können das aber im Ausschuss vertieft diskutieren. Ich würde jetzt einmal die Rede zu Ende bringen, weil ich gleich Dienst habe. Wir investieren 3,5 Millionen € mehr in diesen Bereich. Das zeigt, die Landesregierung steht auf der Seite der Kommunen und gewährleistet ihnen die nötige Planungssicherheit für die Maßnahmen im ÖPNV und im Straßen- und Radwegebau. Auch da ist das Gesetz nicht befristet, weil es dem Anliegen entgegensprechen würde, Planungssicherheit zu haben, weil gerade im ÖPNV sind die Projekte meist langfristig und brauchen eine lange Planungssicherheit. Deswegen die Entfristung dieses Gesetzes. Gleichwohl hat die Landesregierung zugesagt, alle sieben Jahre über die Maßnahmen zu reden und das Gesetz zu evaluieren. Wir legen die 50-50-Aufteilung fest. Das habe ich schon gesagt. Vorher war es unter der Vorgängerregierung so, dass 60 bis 70 % für den kommunalen Straßenbau ausgegeben wurden und 30 % für den ÖPNV. Mit dieser Festlegung haben wir damals im Gesetzentwurf 60 % gefordert. Jetzt sind 50 % für den kommunalen Straßenbau. Das ist ein ordentlicher Kompromiss und ein gutes Signal für die Sicherung des ÖPNV in den Kommunen. Da es jetzt Landesgeld sind, konnten auch erstmals neue Fördertatbestände aufgenommen werden. Vorher war es eine Anlehnung an die Förderkriterien des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Jetzt sind z. B. eingeführt worden die Grundhafte Erneuerung von Schienenstrecken, aber auch der Bau und der Ausbau von nicht bundeseigenen Schienenstrecken. Das wird die Reaktivierungsfreunde doch erfreuen. Aus unserer Sicht ist ein insgesamt gelungener Gesetzentwurf, den die Landesregierung vorgelegt hat. Wir freuen uns auf die Anhörung und die zu erwartenden Anregungen. – Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. – Das Wort hat der Abg. Frankenberger, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich zu Beginn eine Bemerkung machen. Der Minister hat bei der Einführung des Gesetzes gesagt, wir stellen die Weichen in Richtung Zukunft bei der Mobilität. Ich habe mich gefragt, was für Weichen da gemeint sein könnten, und wie das wohl bei denjenigen ankommt, die jeden Morgen in Hessen in den 38.000 km Stau stehen. Was halten Sie da von den Weichen der Zukunft, wenn Sie nicht rechtzeitig an die Arbeit kommen und dann, wenn Sie auf den ÖPNV ausweichen wollen, in überfüllten S-Bahnsitzen und in unbüglichen S-Bahnsitzen? Meine Damen und Herren, da werden keine Weichen für die Zukunft gestellt. Da wird von den Problemen der Gegenwart davon gelaufen. Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und bei Abgeordneten der CDU Ich komme nun zu dem Gesetzentwurf. Endlich legt die schwarz-grüne Landesregierung diesen Gesetzentwurf vor. Der Gesetzentwurf ist mehr als überfällig. Viel zu lange wurden die Kommunen in Hessen von der schwarz-grünen Landesregierung im Unklaren darüber gelassen, ob ihre mittelfristigen und langfristigen Investitionen im verkehrlichen Bereich auch über 2019 hinaus abgesichert werden. Die Sicherheit soll mit diesem Gesetz gegeben werden. Daher ist nicht nur bei den Kommunen, auch bei den Verbünden, bei den Verbänden, bei den örtlichen Nahverkehrsunternehmen. Da ist bei der Vorlage dieses Entwurfs wahrscheinlich große Erleichterung eingetreten. Im Grundsatz begrüßen wir, genau wie die Betroffenen, diesen Gesetzentwurf. Ob die Ausgestaltung gelungen ist, was die Betroffenen dazu sagen, da werden wir als Sozialdemokraten in der Anhörung sorgfältig zuhören. Meine Damen und Herren, mit diesem Gesetzentwurf wird auch deutlich, wie viel Geld, wie viel Euro schwarz-grün die Stärkung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur wert ist. Frau Kollegin Müller, die Streichung der sogenannten Entflechtungsmittel ab 2020, die das Land vom Bund für die Unterstützung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur erhält, sind Bestandteil der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Aber der Topf ist nur ein anderer, denn das Land bekommt aus Ausgleich vom Bund für die Streichung der Entflechtungsmittel einen höheren Anteil aus dem Umsatzsteueraufkommen. Der Topf ist ein anderer geworden, aber das verkauft die Landesregierung des eigenen Landesmittels. Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen, denn es ist nur mehr recht und billig, dass die Landesregierung diesen Topf auch weiterhin für die kommunale Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung stellt. Meine Damen und Herren, das wird hier als große Heldenstat gefeiert. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass die Kommunen dieses Geld bekommen, meine Damen und Herren. Die Kommunen freuen sich sicherlich darüber, dass das Land ab 2019 den Betrag einmalig um 3,5 Millionen € erhöht. Ob das etwas mit einem Datum Ende Oktober dieses Jahres zu tun hat, vermag ich nicht zu beurteilen, da möge sich jeder selbst ein Urteil machen. Aber das Geld können die Kommunen gerade in Hessen sehr gut gebrauchen. Mit der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen erhält das Bundesland Hessen jährlich über eine halbe Milliarde € mehr ab 2020, meine Damen und Herren. Wissen Sie, wie hoch die Erhöhung von 2019 auf 2020 sein wird? 27.000 € mindestens. Meine Damen und Herren, das Land gibt ab 2020 27.000 € mehr für die Finanzierung der verkehrlichen Infrastruktur in den Kommunen. Darauf können Sie wirklich stolz sein. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD In dem Gesetzentwurf steht zwar der Betrag mindestens, aber eine Dynamisierung ist nicht vorgesehen. Wissen Sie, ich finde es für die Kommunen nicht in Ordnung, dass sie von der guten Laune der jeweiligen Landesregierung abhängig sind, ob es mehr Mittel für den Verkehr vor Ort gibt oder nicht. Ich glaube, wenn Sie eine Dynamisierung hineingeschrieben hätten, dann wäre die Kommunen bedeutend wohler gewesen. 27.000 € zusätzlich von über einer halben Milliarde €, damit vor Ort Ersatzinvestitionen, der Ausbau der Infrastruktur vorangetrieben werden und barrierefreie Zugänge umgesetzt werden können. Dazu kommen die Herausforderungen der Digitalisierung und des Klimaschutzes. Meine Damen und Herren, wir haben uns einmal kundig gemacht, was man mit 27.000 € mehr anfangen kann. Dafür bekommt man z.B. einen Satz Winterreifen für Gelenkbusse oder drei Wartehäuser für den Busbereich in Offenbach. Das ist eine stolze Tat für 27.000 €. Nach dem vorliegenden Entwurf wurden – das finden wir auch in Ordnung – der Ausbau der förderfähigen Ausgaben erhöht. Ich finde es auch richtig, dass die Verkehrswende große Herausforderungen Wir finden es auch richtig, dass die Anzahl der Fördermaßnahmen größer werden. Aber wenn der Kuchen größer wird, dann sind 27.000 € ein bisschen zu wenig, um diese größeren Stücke bekommen zu können. Da haben wir als Sozialdemokraten wesentlich mehr Ambitionen. Lassen Sie mich jetzt noch einige Worte dazu sagen, warum wir es kritisieren – erst einmal erleichtert sind, aber kritisieren –, dass dieses Gesetz jetzt erst vorgelegt wird. Meine Damen und Herren, die Kollegin Müller hat darauf hingewiesen, die GRÜNEN haben bereits im Jahr 2011 einen derartigen Gesetzentwurf gefordert, weil 2014 die Zweckbindung der Entflechtungsmittel für den Verkehrsbereich weggefallen ist. Im Gegensatz zu Hessen haben die meisten Flächenländer in eigenen Landesgesetzen dann auch festgelegt, dass über 2014 hinaus diese Mittel zweckgebunden für den Verkehrsbereich verwendet werden. In Hessen, 2011 die Forderung der GRÜNEN, und folgerichtig findet sich auch Ende 2013 im Koalitionsvertrag der GRÜNEN eine entsprechende Vereinbarung, dass man als schwarz-grüne Landesregierung endlich einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg bringen will. Meine Damen und Herren, als dann 2015 immer noch nichts passiert ist, haben wir Sie mit einem Antrag höflich daran erinnert, dass Sie hier die Herausforderungen aus dem Koalitionsvertrag noch zu erledigen haben. Dieser Antrag wurde dann von Schwarz-Grün abgelehnt. Jetzt, quasi kurz vor Toreschluss, im letzten Jahr des schwarz-grünen Stillstandes in Hessen, kommt dieser Gesetzentwurf hier ins Parlament. Ich finde das für die Arbeitsweise der schwarz-grünen Landesregierung mehr als peinlich. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Kollege Frank-Bäcker, Sie müssen dann langsam zum Schluss kommen. Meine Damen und Herren, Sie können sicher sein, die Anliegen der Verkehrsinfrastruktur werden unter sozialdemokratischer Verantwortung mit mehr Tempo, mit mehr Sorgfalt und mit mehr Leidenschaft vorangetrieben werden. Vielen Dank. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD sowie bei Abgeordneten der SPD sowie bei Abgeordneten der SPD und der SPD sowie bei Abgeordneten der SPD und der SPD sowie bei Abgeordneten der SPD Vielen Dank, Herr Kollege Frankenberger. Meine Damen und Herren, bevor wir in der Debatte weiter fortfahren, begrüße ich auf der Besuchertribüne den Präsidenten des Parlaments der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, Herrn Präsidenten Alexander Miesen sowie die Mitglieder seiner Delegation. Seien Sie uns herzlich willkommen, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Sie erleben jetzt den Abg. Lenders von der FDP-Fraktion, bitte sehr, auch deutschsprachig. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Präsident, meine Damen und Herren! Spaß beiseite. Was wir gerade erlebt haben, ist bei der Einbringung des Gesetzentwurfs von Herrn Staatsminister Al-Wazir nicht mehr und nicht weniger als der Versuch der Umetikettierung von Bundesmitteln. Herr Al-Wazir, das ist so eine Dreistigkeit bei einer Einbringung eines Gesetzentwurfs. Ich bin echt sprachlos. Das muss man erst einmal hinkriegen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Dass Sie dabei gut sind, Dinge zu verkaufen, also alten Weinen und neuen Schläuchen, das haben wir schon oft erlebt. Aber das ist schon echt bemerkenswert, was Sie hier vorhaben. Meine Damen und Herren, es geht am Ende um Mittel, die der Bund seit den 60er-Jahren den Kommunen zur Verfügung stellt, um die gemeinen Verkehrsprojekte voranzubringen. Es ist schon fast seit Anbeginn der Zeit klar, dass diese Mittel für den kommunalen Straßenbau wie für den ÖPNV verwendet werden können. Frau Müller, es ist auch klar, dass das Verhältnis zwischen ÖPNV und kommunalem Straßenbau ungefähr bei 50-50 ist. Das, was Sie machen, ist nichts Neues. Es ist kein Paradigmenwechsel. Das Einzige, was Sie machen, ist, dem Ganzen ein neues Etikett aufzukleben. Herr Kollege Frankenberger hat Ihnen schon klar gesagt, worum es hier geht. Es waren die Entflechtungsmittel aus der Föderalismusreform. Es ist auch gut, dass der Bund klargemacht hat, wer für was eigentlich zuständig ist. Diese Zuständigkeiten, die die Finanzierungssysteme entflochten hat, und das jetzt sozusagen zu etikettieren nach dem Motto, das wären jetzt Landesmittel, muss man schon ein bisschen Huspe haben, um das hier so darzustellen. Es ist schon klar, Sie hätten so ein Gesetz nicht machen müssen. Sie hätten diese Gelder, diese 100 Millionen €, auch für etwas anderes verwenden können. Herr Boddenberg, das wäre ja wirklich fast den Boden ausgeschlagen, wenn Sie das gemacht hätten. Das muss man sich ja einmal auf der Zunge zergehen lassen, dass Sie überhaupt darüber nachdenken, den Kommunen diese 100 Millionen € zu entziehen. Das wäre ja nahezu eine Unverschämtheit gewesen. Die Festschreibung im Gesetz wird Sie jetzt nicht überraschen. Wir werden Ihren Gesetzentwurf sogar mittragen, weil es in der Sache richtig ist und den Kommunen Planungssicherheit bietet. Aber, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt einmal in die Städte und Gemeinden fahren und sich mit dem Bürger auf der Straße unterhalten, dann stellt er fest, dass die eine Straße, da sind die Löcher drin, da weiß er nicht, wie er damit klarkommt. Das kann er sich überhaupt nicht erklären. Auf der anderen Seite wird eine nahezu intakte Straße komplett first class saniert. Warum? Das eine ist eine Bundesstraße, das eine eine Kommunalstraße. Der Bürger auf der Straße weiß es nicht. Er kann die Baulastenträgerschaft anbelangen. Da macht er keine Unterschiede. Sie machen jetzt ein. Wir haben einen erheblichen Sanierungsbedarf im kommunalen Straßenbau. Wir haben einen erheblichen Sanierungsbedarf. Jetzt gehen Sie hin und schreiben, das ist das, was Sie eben kurz erwähnt haben, neue Akzente heran. Das kann man ja alles machen, Fahrradkonzepte, Stellplätze, Carsharing, alle Modelle jetzt auch noch hineinnehmen. Aber die 333 Millionen € sind bereits jetzt schon überzeichnet. Jetzt ist zu wenig Geld da. Frau Müller, das finde ich auch herzallerliebst, dass Sie dann auch noch sagen, da würde man jetzt endlich auch Reaktivierungen von stillgelegten Schienenstrecken mitfinanzieren können. Da bin ich gespannt, wie Sie das mit den paar Kröten hinbekommen wollen, meine Damen und Herren. Da fehlt mir vollkommen die Fantasie. Es sei denn, Sie wollen den Kommunen eben nicht die Gelder für die Sanierung der Kommunalstraßen zur Verfügung stellen. Dann wird ja wieder ein Schuh draus. Dann drehen wir uns wieder einmal darum, dass Sie einen anderen Schwerpunkt setzen als das, was FDP oder auch die Sozialdemokraten in diesem Hause machen würden. Sie geben dem Straßenbau eine klare Abfuhr und fördern lieber grüne Prestigeobjekte. Da gehört dann auch so etwas dazu wie Reaktivierung von Schienenstrecken. Meine Damen und Herren, ich glaube, damit verschärfen Sie die Situation beim kommunalen Straßenbau in einer, wie ich meine, nicht zulässigen Art und Weise. So richtig, wie wir diese Gesetzesinitiative finden, so genau werden wir hingucken, was Sie eigentlich mit dem Geld machen. Ich kann es nicht nachvollziehen. In einer Kleinen Anfrage von mir, Herr Al-Wazir, habe ich Sie gefragt, welchen Sanierungsbedarf wir beim kommunalen Straßenbau, beim Sanierungsbedarf haben. Ihre Antwort wissen wir nicht. Dann habe ich Sie gefragt, welchen Bedarf wir beim ÖPNV haben. Was kostet denn das tatsächlich vor Ort? Sagen Sie doch einmal, wie viel Geld müssten wir denn eigentlich zur Verfügung stellen? Die Antwort aus Ihrem Hause wissen wir nicht. Aber das, was Sie wissen, ist, dass Sie auf den Bedarf immer noch oben mehr draufpacken, um Ihre Lieblingsprojekte politisch umzusetzen und das dann am Ende auch noch verkaufen zu können. Meine Damen und Herren, dass da irgendwo die Landtagswahl im Oktober eine Rolle spielt, ein Schelm, wer arg ist, dabei denkt. Meine Damen und Herren, wir werden den Gesetzentwurf sicherlich mittragen, aber wir werden auch genau hinschauen, für was Sie das Geld am Ende ausgeben wollen. – Vielen Dank. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und der CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sind froh, dass die Landesregierung diesen Gesetzentwurf hier eingebracht hat. Er ist nicht nur vom richtigen Inhalt, sondern er kommt auch zur richtigen Zeit. Denn es ist nun einmal so, dass derzeit die Mittel für diesen Bereich der Mobilität der Kommunen vom Bund bereitgestellt werden. Aufgrund der Entflechtungsregelungen in Zukunft der Bund das eben nicht mehr macht, sondern der Bund, wie für viele andere Dinge, auch einen Teil seiner Mittel unmittelbar den Ländern gibt. und die Länder dann entscheiden, was sie damit machen. Herr Frankenberger, insoweit ist das, was Sie hier ausgeführt haben, mit den 27.000 € so absurd. Ich meine, Sie können hier wohl nicht ernsthaft die Meinung vertreten, dass ein Gesetz gemacht wird, weil es jährlich um 27.000 € ging. Wie absurd das ist, das müssen Sie selbst erkennen, diese Argumentation. Ich glaube nicht, dass jemand, der sich ernsthaft damit beschäftigt, überhaupt aufnehmen kann. Worum geht es? Im Rahmen der Finanzvereinbarung zwischen Bund und Ländern ist jetzt vereinbart, dass für viele Einzelprogramme nicht mehr der Bund zuständig ist. sondern der Bund, und das betrifft eben nicht nur den Bereich Verkehr, das betrifft auch den Bereich Bildung und weitere Bereiche, den Ländern größeren Anteil des Steueraufkommens gibt. Die Länder können dann selbst entscheiden, wofür das ausgegeben wird. Ich bin sehr froh darum, dass das Land Hessen entschieden hat, durch die Vorlage dieses Gesetzes, dass ein fester Anteil dieser Gelder, die in Zukunft als Steueraufkommen bei den Ländern oder beim Land Hessen landen, dann den Kommunen zur Verfügung gestellt wird, um die Mobilität weiter zu verbessern. Herr Lenders, Sie haben da bestimmte Sorgen gehabt, wofür das verwandt wird. Auch da hilft natürlich ein Blick in den Gesetzestext. Wir haben da einige Dinge aufgenommen, die, glaube ich, sehr wichtig sind und die überhaupt nicht dem entsprechen, was Sie hier aufgeführt haben. Sie können das selbst nachlesen. In § 3 Abs. 2 ist erwähnt, dass förderfähige Vorhaben kommunaler Straßenbau ist, der Bau und der Ausbau, verkehrswichtige innerörtliche und zwischenörtliche Straßen. Es sind Kreisstraßen aufgeführt. Es ist aufgeführt Verkehrsbeeinflussungssystem, Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, digitale Parkraumbewirtschaftung. Wir haben ebenfalls den Bau von Quartiersgaragen aufgenommen. Auch das erwähne ich, weil das in den vorherigen Reden noch nicht erwähnt war. Herr Kollege Caspar, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lenders? Er ist ganz brennend. Bitte sehr, Herr Kollege Lenders. Herr Kollege Caspar, sind Sie sich darüber im Klaren, dass es eine Rahmengesetzgebung ist und dass Sie vor Ort im Ministerium entscheiden, wer wofür wie viel Geld bekommt? Herr Kollege Caspar. Ich bin mir der Tatsache bewusst, und Sie hoffentlich auch. Dann verstehen wir beide das Gesetz richtig. Ein Gesetz gibt immer einen gewissen Rahmen, und dieses eben auch. Es ist dann natürlich Sache der Kommunen, für diese jeweiligen Projekte Anträge vorzulegen. Sie sind ja auch im kommunalen Bereich unterwegs. Insoweit kann ich nur anregen, wenn Sie entsprechende Projekte haben, diese Anträge zu stellen, damit dann auch die entsprechende Förderung stattfinden kann. Förderung heißt natürlich nicht immer, dass alles, was beantragt wird, zu 100 % bezahlt wird. Förderung kann eben auch in Form von Bezuschussungen liegen. Aber auch das wird im Einzelfall helfen. Hier geht es auch nicht darum, dass wir eine Summe festschreiben, sondern wir schreiben eine Mindestsumme fest, nämlich 100 Millionen € pro Jahr. Die Mindestsumme macht insoweit Sinn, weil wir alle nicht wissen, wie die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land in den nächsten Jahren weitergeht und welche Steuereinnahmen wir haben werden. Welche Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung? Aber wir haben heute schon diese mindestens 100 Millionen € festgeschrieben, damit die Kommunen eine gewisse Planungssicherheit und die Möglichkeit haben, heute schon Förderanträge zu stellen für Projekte, die erst im Jahr 2020 und später beginnen. Ich glaube, dass es ein wichtiges Gesetz ist, eine gute Grundlage. Diese 100 Millionen €, die den Kommunen in Zukunft zur Verfügung stehen werden, auf sicherer Grundlage zu haben, ist etwas, was auf der kommunalen Seite sehr begrüßt wird, was wichtig und gut für die Mobilität in Hessen ist. Deswegen wird dieses Gesetz unsere Unterstützung finden. Ich freue mich auf die weitere Beratung im zuständigen Ausschuss. – Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Caspar. – Das Wort hat Frau Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dieses Gesetz ist überfällig. Herr Minister, zum Ende des kommenden Jahres laufen aufgrund der Föderalismusreform die Entflechtungsmittel für Verkehrsinvestitionen vom Bund aus. Die Städte und Gemeinden brauchen dringend die Planungssicherheit, weil Verkehrsvorhaben langfristig geplant werden. Daher haben viele andere Bundesländer schon in den letzten zwei Jahren ähnliche Gesetze beschlossen. Wir sind da eher spät dran. Aber die Kommunen brauchen dringend Sicherheit über 2019 hinaus. Deswegen ist es richtig, dass dieser Gesetzentwurf endlich eingebracht wurde. Finanziell ist das Ganze eher unspektakulär und eher ein Nullsummenspiel aus der Kategorie linke Tasche, rechte Tasche. Die Bundesmittel aus dem Entflechtungsgesetz fallen weg. Das Land wird zuständig und erhält ab dem Jahr 2020 die Mittel in gleicher Höhe über die Umsatzsteuer zusätzlich vom Bund. Eigentlich ist das alles relativ unstrittig, aber über die Einbringung des Gesetzes war ich jetzt in der Tat auch etwas überrascht, weil es natürlich nicht so ist, dass hier zusätzliche Landesmittel in den ÖPNV fließen würden, wie das Frau Müller behauptet hat. Es ist doch selbstverständlich, dass Sie dieses Geld weiterleiten. So war es doch vereinbart. In der Summe ist es auch gar nicht mehr Geld als bisher. Die Mittel aus der Umsatzsteuer, auch wenn sie formal nicht zweckgebunden sind, aber es ist doch so vereinbart. Deswegen muss man sich doch nicht dafür rühmen, dass man Vereinbarungen einhält und den Kommunen das Geld weiterleitet. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Wie gesagt, wir haben hier einen weitgehend unschrittigen Gesetzentwurf, was die grundsätzlichen Fragen angeht. Aber man muss es doch nicht als etwas verkaufen, als etwas, was es überhaupt nicht ist. Es ist eine Vereinbarung aus der Föderalismusreform, und das ist auch in Ordnung so. Interessant ist doch eigentlich die Frage, wie man die 100 Millionen € jährlich verteilt. Sie schreiben in Ihrem Gesetzentwurf eine über die Jahre im Durchschnitt hälftige Aufteilung zwischen ÖPNV-Ausbau und Straßenausbau fest, wobei die Grenzen natürlich auch etwas verschwimmen. So findet sich z. B. der kommunale Elektro-Pkw bei der ÖPNV-Förderung und Busspuren oder Bikesharing beim Straßenbau. Von daher haben wir keine Kritik. Es verschwimmt einfach ein bisschen. Diese hälftige Aufteilung klingt natürlich salomonisch und ist politisch gut vermittelbar. Keine Seite kann sich jetzt auf den ersten Blick übervorteilt fühlen. Man kann es als einen kleinen Schritt in die richtige Richtung anerkennen, dass immerhin 50 % für den ÖPNV-Ausbau festgeschrieben werden. Das sehen wir natürlich anders als die FDP. Wir sind der Meinung, es wäre ein mutiger Schritt gewesen, dem ÖPNV-Ausbau einen klaren Vorrang bei der Mittelvergabe einzuräumen. Meine Damen und Herren, natürlich auch mehr Landesmittel hineinzustecken. Natürlich haben Sie auch in der Liste der förderfähigen Vorhaben im Bereich Straßenbau sinnvolle Maßnahmen dabei, Tempo-30-Zonen, Rad- und Fußwege, Car- und Bikesharing-Stationen oder Park-and-Ride-Anlagen. Dennoch geht es auch hier um den Ausbau des Straßennetzes. Sie erlauben auch den Ausbau zur Verkehrsbeschleunigung. Da hätten wir uns eine andere Schwerpunktsetzung gewünscht. Notwendig ist nämlich eine Verkehrswende. Das ist eine Herausforderung wie zuletzt in den Wirtschaftswunderjahren, als die Autos die deutschen Städte überfluteten und ein Verkehrschaos verursachten. Damals wurden deshalb die Bundesmittel für die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden geschaffen, über deren Ablösung wir heute sprechen. Damals wurden beispielsweise im Rhein-Main-Gebiet die Grundlagen für S- und U-Bahnen geschaffen, Infrastruktur, die heute nicht mehr wegzudenken ist, aber die heute vermutlich nur schwer durchzusetzen wäre. Man muss schon feststellen, dass in den letzten 20 bis 30 Jahren die Verkehrsinfrastruktur weitgehend stagniert. Die vielleicht wichtigste Neuerung in den letzten Jahrzehnten war die Regiotram in Kassel. Was wir brauchen, sind wieder große Würfe. Wir reden doch über Ausbauprojekte, die seit Jahrzehnten zum Teil schon in der Pipeline sind. Tempo-30-Zonen und Busspuren sind auch wichtig. Aber die wären von den Gemeinden wohl auch so zu stemmen, wenn diese ansonsten auskömmlich vom Land finanziert werden. Deshalb ist es jetzt besonders wichtig, den Bau und Ausbau kommunaler Bahninfrastruktur zu fördern, die sonst nicht ohne Weiteres stemmbar wäre. Die dringend notwendigen Erweiterungen der Stadtbahn in Frankfurt, zum Beispiel die Ginheimer Kurve, gehören dazu, wie auch die Wiesbadener Straßenbahn, die immer wieder einmal auf Thema in diesem Haus war. Aber auch andere Gemeinden müssen in ihre ÖPNV-Infrastruktur investieren können, gerade auch auf dem Land. Wenn wir heute Morgen in der Debatte über den ländlichen Raum gesprochen haben, dann brauchen wir doch gerade hier einen massiven Ausbau des Angebots. Dass die Wiederbelebung von Eisenbahnstrecken in kommunaler Hand gelingen kann, das beweist doch die Erfolgsgeschichte z. B. der Taunusbahn, die sich seit 1989 im Besitz des Hochtaunuskreises befindet. Deshalb ist eine Erhöhung der Kapazitäten und Direktverbindungen im Ballungsraum und die überhaupt erstmalige Herstellung eines attraktiven ÖPNV-Angebots auf dem Land sind Voraussetzungen für die Verkehrswende weg vom Privat-Pkw. Diese Verkehrswende brauchen wir dringend. Wir brauchen sie, um die Klimaziele noch irgendwie einhalten zu können. Wir brauchen sie, um die Schadstoffbelastung in den Städten zu senken und um die Lebensqualität und Platz im Ballungsraum zu gewinnen. Zur Attraktivität gehören natürlich auch geringere Fahrpreise. Auch ein Nulltarif wäre möglich, aber das können wir morgen früh in der Aktuellen Stunde der LINKEN noch einmal diskutieren. Ich will auch noch eines erwähnen, dass zum Ausbau des ÖPNV-Angebots für mich auch immer der Punkt der Barrierefreiheit gehört. Wenn wirklich alle Menschen den ÖPNV nutzen können sollen, dann bedeutet das eben, dass die Barrierefreiheit auch hergestellt werden muss und dass es verlässlich sein muss. Barrierefreiheit bedeutet eben, dass man sich darauf verlassen muss, dass der Fahrstuhl auch fährt und dass die Barrierefreiheit hergestellt ist. Da haben wir gerade in den letzten Wochen teilweise grausige Beispiele gehört, was in Sachen Barrierefreiheit an hessischen Bahnhöfen so alles im Argen liegt. Die Kommunen brauchen endlich Planungssicherheit für ihre Ausbauprojekte, auch über 2019 hinaus. Deswegen ist es richtig, dass der Gesetz jetzt endlich eingebracht wurde. Ähnliche Gesetze wurden in anderen Bundesländern, wenn ich richtig informiert bin, einmütig oder teilweise sogar einstimmig verabschiedet. Mit den Details sollten wir uns in den weiteren Beratungen auseinandersetzen. Aber die Landesregierung hat an dieser Stelle weder sehr schnell gehandelt, noch hat sie hier eine große eigene Initiative ergriffen, sondern sie setzt nun einmal Vereinbarungen aus der Föderalismusreform um. Das ist in Ordnung. Das ist nicht zu kritisieren. Aber man muss sich dafür auch nicht loben. – Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. – Am Ende der Aussprache beweisen wir den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den WVA. – Allgemeine Zustimmung. –!